so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft crafting to the galaxy ja ich habe jetzt mal auf screen ich habe jetzt mal auf screen so ein bisschen gesuchtet wenn man so nehmen will und ja und ich glaube ihr könnt schon sehen dass ich hier einiges gebaut hat wo dann habe ich hier noch diesmal der rief fertig gebaut dann war es natürlich auch in nether und habe hier so ein bisschen gefahren von dem ganzen ich habe hier paar cable hier noch ein haufen iron hier habe ich noch von endio ein paar maschinen hier die hier die hier also das ist so gesehen einfach nur ein meserator alloy furnace das erklärt sich glaube ich von selbst hier habe ich energiespeicher wo schon etwas viel zwei solarzellen mal gucken was kann ich ja stimmt hier war ein creeper in die luft gegangen ja und ich habe hier halt jetzt so ein bisschen hässlich wieder geflickt und ja und ich habe jetzt auch ein neues mikrofon wo doch meine sound qualität etwas besser sein dürfte auch wenn ich bei ihr stimmt hier habe ich noch so ein entscheidend man könnte kostet zwei level sorry meine stimme ist etwas im aa scheiße so jetzt ja auf jeden fall ich weiß dummer weise nicht wie ich die an die energie zelle hier bekommen denn ich meine irgendein kabel denn ich meine irgendein kabel denn ich meine irgendein kabel energie konduit oh das oh scheiße kommt drückt mal gucken könnt und ich habe hier derzeit nur so von wo habe ich das ich habe kein plan ist das jetzt angeschlossen oder was ist das jetzt angeschlossen nein ok ich glaube ich brauche komplett andere kabel aber ernsthaft wieso habe ich das keine ahnung mal gucken mal gucken was könnte ich sonst noch so herstellen was eben äh 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 thermo x nein pension mal sehen was haben die hier für energie kabel äh keine oder wat nachricht guck dann mal welche mod könnte ich dann noch äh industriell da weiß ich dass diese scheiß kabel nicht funktionieren äh komisch was haben die hier überhaupt für kabel von äh bleed äh welcher mod wollte ich noch gleich äh ich muss kurz überlegen wie die eine mod hieß das war glaube ich ähnlich wie endio oh nein nicht industrialcraft scheiße mehr noch männer noch mal ok äh alter das gibt es doch nicht Ah ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, Big Reaktor. Mal sehen, was haben die hier für Kabel? Oh, die scheinen wohl auch kein Energiekabel zu verkaufen. Oder nein, kein Energiekabel. Oh, Scheiße. Erst mal kurz hier. So, so, so. Äh, 10. Ah ja. Okay, dann lasse ich den Ofen jetzt mal kurz brennen. Mal gucken. Stimmt, ich habe hier auch einige Werkzeuge gebastelt. Die hat etwas geholzelt. Okay, das war jetzt schlecht. Ich muss noch mit dieser behinderten Stimme üben. Aber auch erst, wenn meine normale Stimme immer so der Maß im Arsch ist. Warte. Ah stimmt, da wollte ich ja noch eine dritte Solarzelle hin. Ist zwar garantiert etwas unnötig, aber was man hat, das hat man eben. Das war in der... Ah, jo. Äh, mal sehen. Mal gucken. Ah, ja stimmt. Ja, also die zwei habe ich definitiv noch. So, Silikon, was braucht, Electrical Steel, ah stimmt, Polarized Coals, mal gucken, dann werde ich noch 1, 2, 3, ah, nein, 1, 2, 3, so, mal gucken, dann brauche ich noch etwas Holz, jetzt hole ich kurz etwas Holz und dann werde ich glücklich, ja, äh, da vorne sind auch schon bei mir, ah, Taki, ich guck mal auf Minimap, denn ich habe nicht unbedingt Bock von irgendwelchen Viechern, oh, meine Fresse zu fett, diese scheiß Wisp, oder was, alter, wie schnell das geht, obwohl ich mit einer Schaufel, wie schnell geht, ok, oh, scheiße, schneller, schneller, so, Silikowski, nein, clear, so, clear, so, clear, nein, so, so, mal gucken, geht auch dieser Scheißglas, nein, kurz Fanden mitnehmen, um Glas zu brennen, 1, 2, 3, cool, schönes Meer, aber jetzt mal bei der Sache bleiben, schnell in die Booty, holy shit, zum Glück sind die zu dummen, um dach rüber zu kommen, also, glaube ich zumindest, ja, ist, äh, in, out, extract, insert, nein, das war etwas falsch, so, also, das hier, okay, so, west, extract, insert, whoop, east, insert, whoop, down, in, und out, okay, jetzt, nein, nein, ach, so, okay, ich stelle ihn jetzt mal auf, so, 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 wartet mal kurz, was, ah, ja, stimmt, electrical steel brauche ich, ja, dafür brauche ich cold dust, mal sehen, und dann halt nur zwei, eins, so, etwas cold dust, auch wenn wir kein cold dust mehr haben, ich habe noch mehr als genügend kohle, irgendwo, hier, wisst ihr was, ich verarbeite gleich einen halben stack, hä, wieso passe ich auf, ah ja, jetzt, hier, so, hier, schneller, 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 ich brauche insgesamt zwei, uno, due, so, okay, jetzt arbeitet der, und ja, ich weiß, dass, so gesehen ist das eigentlich völlig unnützlich, unnützlich, dass ich jetzt noch ein drittes mache, aber, nun ja, man kann ja nie wissen, 90 Jahre später, äh, wo, wie macht man noch gleich Dark Steel, ob sie, ach so, so, ah ja, ich frage mich aber, ob Dark, natürlich ist Dark Steel besser, Killer Joe, äh, Soulbinder, äh, vielleicht sollte ich das auch mal herstellen, oh, so, wartet mal kurz was, ah ja, stimmt, jetzt noch die 3 Sand, nein, kurz ein Sand holen, wo, so, jetzt, und nun schnell wieder zurück, äh, ja, stimmt, hier war der Furniss, so, schneller, 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 oh, ich sollte mal wieder mein, ja, stimmt, deswegen wollte ich ja auch schon mein, ehm, E-System zum Laufen bringen, clear, äh, ja, mal gucken ich drum mal, nein, so, und das dritte, äh, da war's, hier, hier kommt's rein, Achtung, Achtung, yeah, 3 Nutzlose, Solarpenner, also relativ nutzlos, scheiße, ich sag doch, die sind so dumm dafür, guten Tag, der Herr, wie geht es Ihnen, cool, ein Creeper-Kopf, äh, stimmt, ich bin ja einmal gestorben, bisher, oh, ah, äh, na, na, den Stil, lacht sich auf, Enderman Head, okay, ich schülle kurz den Enderman, na, was war das, ich weiß, ah ja, wie das war eins gelernt, Psst, Enderman, ich weiß, wo du wohnst, üblich im End, hohohohoho, oder stimmt, ich habe gerade meine Kopfhörer nicht auf, genius, na gut, aber, Creeper, dort, scheiße, so, 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 hauptsache, ein Haufen Sand, cool, ich muss mal gucken, was das macht, so, 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 mal gucken, hier konstant hin, also, ich tue es halt jetzt noch etwas, terraform, damit es nicht ganz so hässlich aussieht, so, 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 sieht schon besser aus, das Loch, sieht irgendwie etwas Minecraftlicher aus, ist zwar kein deutscher, aber nun gut, scheiß, ich muss mein Schwert noch etwas aufmotzen, äh, nein, Quarz, wo ist mein Quarz, 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 nein, kein Quarz, okay, oh, ja, stimmt, hatte ich auch, hier im Backpack, so, und ich weiß, rein theoretisch bräuchte ich das für Sachen, die wichtiger sind, aber, nun, ja, ich hasse Spinn, voll der gute Grundfall, jetzt, fliegt da rein, du fette Wisp, oder so, ja, so, 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 immer noch vier Herzen, plus acht, hä, das tue ich halt, vollends, jetzt komm schon, also, wie soll ich gleich so, hä, ah ja, da ist der Creeper, zwei Schläge, der scheint wohl stärker zu werden, komm her, Creeper, oh, Pfeile, kann man immer gut gebrauchen, wo bist du Creeper, hier, 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 juhu, gut gemacht, Kaktus, naja, auch, besser Kaktus, nein, huu, hu, hu, na, auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, das war's jetzt, mit der Folge von, Minecraft, crafting to the galaxy, und ja, ich tue absichtlich so behindert reden, also, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr jetzt meine Mikrofonqualität findet, hoffentlich etwas besser, oh, ah ja, crafting table, äh, nicht table, station, aber ist trotzdem, beides das gleiche, also dann, tschüss, bis zum, äh, wartet kurz, wartet, wartet, ich würde dann jetzt mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, von, Minecraft, crafting to the galaxy,